Was geht ab? Und damit ein recht herzliches Willkommen zu einem, naja mal etwas anderem Video. Also falls ihr euch jetzt fragen solltet, wie ich, weshalb das da und warum das alles hier. Am besten fängst du einfach mal am Arme, erzähl einfach mal, wer bist du überhaupt und was machst du auf deinem YouTube-Kanal vor allen Dingen. Ja, hi, ich bin TechTube und heiße eigentlich Yannick in echt. Ich mache Technik-Videos und kann mich einfach für Technik-Videos begeistern und versuche einfach ein bisschen aus der Masse hervorzustechen mit ein bisschen Humor. Und ja, allgemein, ich interessiere mich einfach so viel Technik und versuche das auf YouTube ein bisschen auszulehnen. Und du? Ich bin Tobias, 21 Jahre alt und ich mache auf meinem Kanal Edit Gameplays, habe damals auch ganz normal mit Let's Face angefangen. Und wir sind, also ich und Yannick sind gerade dabei, einen Verein für junge, kreative Content-Creator aufzubauen, die wirklich Bock haben, was zu reißen. Wir haben auf jeden Fall vor, im Gegensatz zu den ganzen anderen Netzwerken, die es da draußen so gibt, das Ganze wirklich als Gemeinschaft aufzubauen. Also Leute, die jetzt nur aus eigenem Profit hier irgendwie mitmachen wollen, sind hier definitiv falsch. Wir suchen Leute, die wirklich Bock haben, Kontakte zu knüpfen, die Bock haben, sich gegenseitig zu unterstützen, die Bock haben, sich untereinander unter die Arme zu greifen. Und da sehen wir jetzt drei wesentliche Vorteile in dem Verein. Da kommen auch ganz viele andere hinzu. Erstens, wir können zusammen auf Events fahren. Ich stelle mir vor, wir waren einfach alle zusammen zu Gamescom und einfach so ein Bus voller YouTuber. Ey, stelle ich mir erstmal richtig geil vor, ob das ist total geil. Dann kommen wir natürlich zu dem offensichtlichsten Punkt und zwar kann man sich gegenseitig unterstützen, man kann in Videos auftauchen und man kann einfach die Communities ein bisschen zusammenbringen. Alleine hast du eben halt keine große Reichweite, aber wenn man eben halt viele kleine zusammen nimmt, hat man ein viel größeres und kraftvolleres Auftreten. Ja, wenn man sich gegen die Communities reiht, du hast viel mehr Potenzial zu wachsen. Kommen wir damit auch schon zum größten Vorteil und zwar, dass die kleinen YouTuber von den Größeren lernen können. Yannick zum Beispiel, der macht echt saugeile Videos, kann super mit Kameran alles umgehen. Problem war nur, er hat so ein bisschen den roten Faden bei sich zum Beispiel verloren und... Da hast du rüber geguckt und mir geholfen. Heißt natürlich jetzt nicht, dass nur ich oder Yannick euch jetzt unterstützen, sondern wie schon gesagt, das ist eine Gemeinschaft. Wir wollen wirklich, dass jeder jeden so ein bisschen unter die Arme greift. Das ist so die grobe Vorstellung. Wenn an dieser Stelle noch weitere Fragen und oder Interesse auftreten sollte, könnt ihr euch gerne über diese E-Mail bei uns melden. Am besten nochmal den Link zum YouTube- bzw. Twitch-Kanal dazu packen, damit wir einmal rüber schauen können. Und ansonsten freuen wir uns über eure Bewerbungen und hoffen vielleicht auf eine baldige, sehr enge Zusammenarbeit. An dieser Stelle bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit, euer Team von 100+. Bis zum nächsten Mal.